Willkommen zurück zu meinem Let's Play The Binding of Isaac Repos Tanze Ich find's natürlich, dass eure Buben sich interessieren Wir machen spannend weiter Wir machen einen neuen Run mit Ich habe mir gelesen, dass wir den mit Lazarus freischalten und mal kein Leben verlieren Aber ich glaube, das ist fast unmöglich Mama Auch noch im schweren Modus Echt jetzt Soll die Gegner weiterhin so leicht bleiben, kann schon funktionieren Was ist das? Halt dir die Tür auf Was haben wir hier drin? Einen Shop Okay Was macht das eigentlich? Wusch Ah Find ich jetzt nicht so gut Halt dir dein Blind Boom Also Wusch Wusch Los Like Ah Sol Führung Wusch Wusch Was heißt, kein Leben verlieren? Darf man hier, dass man 1 nichts haben oder? Ich weiß es nicht. Larry Jr. Nichts. 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 Sammle sie alle Joker Der High Effect gibt zwei Herzen Der Gehängte Der Turm Die Liebenden Die Liebenden gibt's auch Herzen Flammen South Train 2 Flammen South Train 2 Flammen South Train 2 Flammen South Train 2 Eiertränen, okay. 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 Jetzt zählt schon nicht mehr. Ich darf kein Leben verlieren. 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 Wow, was für ein nutzloser Kumpel. Das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich nicht. Hm. So, was ist denn da drin eigentlich? Dreifachschuss, oh. So, was ist denn da drin eigentlich? 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 Leroy Jr. Okay. Okay. Reichweite hoch. Okay. HP Abwehr hat mal geil... ...ein Bonbon. Okay. 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 Mm. Ah. 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 Wollen wir mich veräppeln? Wollen wir mich veräppeln? Mhm. Ja, jetzt ist es schön da rum. Wollen wir mich veräppeln? Wollen wir mich veräppeln? Wollen wir mich veräppeln? Wollen wir mich veräppeln? Und weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.